hallo ihr lieben das ist jetzt kein normales video ich wende mich heute an euch aus zwei verschiedenen gründen der erste grund ist ich habe es bereits auf instagram in einer story erwähnt ich plane ein neues video für mai wahrscheinlich ich denke das lässt sich ganz gut einrichten wenn ich schaffe oder anfang juni und zwar möchte ich ein paar eure empfehlungen lesen das heißt ich habe bereits auf instagram in einer 24 stunden story nach empfehlungen gefragt also bücher die ich unbedingt gelesen haben muss oder ihr mir empfehlt da sind schon ein paar vorschläge zusammengekommen aber natürlich weiß ich dass nicht jeder instagram hat und ja würde mich sehr freuen wenn ihr in die kommentare schreibt welche empfehlungen ihr für mich habt ich würde das dann alles wieder in ein kleines entweder in mein kleines gläschen rein tun und dann einfach random eine eure empfehlungen rausziehen ansonsten habe ich noch etwas anderes eine andere frage an euch also erstens in die kommentare welche bücher ich eure meinung nach lesen muss also eure persönlichen empfehlungen rein in die kommentare so dann zweite sache natürlich möchte ich auch neben meinen normalen formaten auf dem youtube kanal also meinem lesemonat meinem currently reading dann verschiedenen buchtext die ich so ausprobiere würde mich interessieren was euch noch interessiert also welche video formate würdet ihr euch wünschen habt ihr bock auf einzelrezensionen oder buchtipp des monats oder legendäre buchreihen legendäre bücher sachbücher wollt ihr was zu kinderbüchern wollt ihr einfach dass ich euch mal zum beispiel jetzt die reihe aragon noch mal in einem separaten video vorstelle oder die bis reihe oder das lied der krän in einem extra video oder irgendwie sowas in der richtung das würde mich interessieren also damit auch ab in die kommentare also ist euer job und da würde ich mich ganz ganz sehr drüber freuen also mega drüber freuen erstens schreibt mir eure empfehlungen in die kommentare und zweitens welche videos wünscht ihr euch noch und ja ich glaube das war es dann auch schon für dieses kleine video und bedanke mich von herzen bei jedem der mitmachen möchte oder der kommentiert und mir dabei hilft einfach ein paar tolle videos für euch zu drehen bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen tag habt spaß beim lesen und bleibt gesund und ganz viele liebe grüße von mir an euch und wir sehen uns dann im nächsten video bis dahin tschüss ciao Untertitelung des ZDF, 2020